Herzlich Willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir mal wieder Edoqmi und wir werden heute 5 Honig benutzen. Wie gesagt, ich habe ja versprochen bei den K, also 1 K Aufrufe ist ja schon gekommen, aber wenn es 2 K Aufrufe kommt, davor wollte ich ja noch sowas mit Robux machen und das machen wir auch heute im Video. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt in den Shop da, wo auch die Petrize hier ist und benutzen das Honig und ich hoffe, ich bekomme was Gutes. Und es ist, okay, eine normale, ist okay. Okay, wow, alt, ich habe mich gerade so komisch gedreht und zack, werfen und es wird wieder eine normale. Okay, nächste. Go! Ich gucke nicht hin. Was ist es? Oh, schon wieder eine Bee. Okay, nächstes. Schon wieder eine normale. Wenn wir jetzt wieder eine normale, kaufe ich mir noch eins. Ich will wenigstens eine King Bee haben. Bitte, Game, bitte. Mann. Nee, ich kaufe mir so lange, bis ich mir das jetzt, bis ich das jetzt bekomme. Also, eigentlich war fünf ausgemacht, aber trotzdem. Zack. Komm. Mann, ich habe überhaupt keinen Lack, Alter. Ab ins Wasser mit dem Honig. Wenn ich eh keinen Lack habe. Und? Mann. Ey, ich hasse es. Bitte, jetzt komm doch, ich spiele nicht mehr, Adopt Me. Ich spiele jetzt wirklich keine Adopt Me mehr, wenn ich das jetzt nicht bekomme. Okay, wir spielen keine Adopt Me mehr. Ja gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hast mir einen Linken, Like da und Abo da. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.